So, und willkommen zu Let's Play Nights Journey of Dreams Part... Jetzt wollte ich 2 sagen. Läuft bei dir Nightmare. Part 3 von Nightmare 614. So. Okay, ich war jetzt vergessen, ob ich aufgehört habe, aber ist eigentlich auch egal. Ich wollte hier nämlich alles mal erkunden. Und mich hoffentlich nicht verirren dabei, obwohl... So, was ist... Ich kann mich eigentlich nicht verirren. Sollte ich nicht sagen, sonst werde ich mich verirren. Okay, rennen wir in die Wildnis. Yes! Irgendwas dazu zu sagen, Aul? Besucher, wenn du nicht mal weißt, wie deine Störung passiert, drück einfach den Minusklapp, das hilft, dass ich springe. Ich weiß sehr gut, was ich hier tun muss, ja? Noch halbwegs. Komm, ich kann hier nur laufen. Und springen. Das werde ich hier wohl nicht vergessen. Warte, ich kann auch die Dinger werfen. Stimmt, das war's. Uh. Yay, mehr von denen. Oh, wie schön. Die bringen mir hier eigentlich herzlich wenig. Hier sind eh keine Nightmares. Ja, die kannst du gegen Nightmares werfen und dann sind sie kurz mit Schugel. Keine Ahnung. Mehr kannst du hier als Mensch nicht machen. Um die zu verteidigen, meine ich. Du bist ein bisschen am Arsch. Ja, ich kann die mit den Dingern abwerfen. Das ist toll. Ich könnte mir eigentlich besser einen Stock stammen und auf die einprügeln. Das würde mehr bringen. Aber egal, so was mache ich jetzt eigentlich. Ah ja. Hier waren noch mehr Dream Drops, glaube ich. Nehme ich an. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich will rumlaufen. Also warum nicht. Ich sollte eigentlich versuchen, die Teile von meinem Herzen wiederzukriegen, aber... Näh. Kann warten. Rennen wir hier rum. Ins Wasser kann ich nicht, oder? Doch, kann ich. Oh. Ah. Okay. Jetzt hatte ich vorhin nur ausprobiert. Ich dachte, ich könnte nicht ins Wasser. Oh. Fail. Ja, das ist... So schwimme ich auch immer. Das, äh... Sieht sehr... What the fuck aus. Wie schwimmst du, Junge? Ja, und im Wasser springen. Aha. Du bist ein Meisterspringer. Schwimmer. Was auch immer. Das ist können, Leute. Seht ihr das? So. Vom Nichts. Springen. Das ist können, du. Das ist können. Jetzt komme ich nicht raus, oder wie? Ehm, Moment. Äh. Ich habe hier nur so ein Off-Key. Häh. Häh. Die ganze Zeit im Ohr. Das ist so komisch, eigentlich. Hier kannst du nach Herzenslust auf eine Deckungstour gehen. Aber in Atopia musst du vorsichtig sein. Jao. Oh, noch eine Kiste. Lass mich raten. Mehr von diesen Dingern. Ich sollte sie nicht alle wegwerfen, glaube ich. Ah, was soll es? Ja. Oh, toll. Einer. Ja, toll. Dafür jetzt die Kiste. Oh, supi. Hat sich doch gelohnt. Noch was zu sagen? Wenn du Blutsch... Ah, so heißen die Dinger. Kannst du sie als Waffen in Nightmares einsetzen? Dann sammeln sie unbedingt auf. Häh. Häh. Das wird doch eh Resetil, wenn ich hier nach Natopia gehe. Da muss ich doch eh wieder neu einsammeln. Ist doch eigentlich... Oh. Okay, soweit haben wir Blutschips. Das ist ganz toll. Das ist ganz toll. Oh. Ich kann Wasser tropfen hören. Da habe ich mir was nur eingebildet. Das ist alles in deiner Fantasie. Oh, fuck yeah. War das einer? Ich habe es nicht gesehen. Ich glaube schon. Wee. Was für ein Brunnen ist das? Egal, das ist awesome. Bam. Fuck, meine Knöchel. Okay, weiter geht's. Oh Gott, du bist ja überall, weißt du das? Komm, wir wollen zurück zum Platz. Ne, 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 ne. Ich kann meine Zeit verbringen, wie ich will. Nein, ich kann nicht runterspringen. Man kann es ja mal versuchen. Man kann es ja mal versuchen. Okay, da... Wie ist das denn nochmal? Dunkler Ozean? Sollte ich, glaube ich, nicht reinspringen. Betonung auf sollte wahrscheinlich nicht. Wenn ich es könnte, würde ich es tun. Noch was zu sagen, Kumpel? Zum Dreamhead kommt der Awaker nicht. Also kannst du die ruhig Zeit lassen. Ah ja, das sind so komische Viecher, die dich... Was, du kennst den Awaker nicht? Er will dich wieder zurück in deine Welt reißen. Oh mein Gott! Alles nur nicht in die reale Welt! Ah! Das sind so komische Dinger, die ploppen sich ja nicht dran. Wenn du in der Turbier bist, versuch nicht aufzuwecken. Hier, wenn man da als Menschen unterwegs ist, hat man ja so einen Timer in der Ecke. Wenn der abläuft, dann kommen die Kackviecher. Das ist sehr lustig. Sehr lustig. Uh, warte mal kurz. Ich glaube, hier ist ja was versteckt. Ja, eine Kiste mit mehr Blutschips! Yes! Ich kann ja nicht genug von den Dingern haben, ne? Yes! Oh yeah! Ist das toll! Woohoo! Mehr von denen. Bringt mich auch so viel. Kann ich die gegen Aul werfen? Was ist das denn? Oh! Ein Minenschacht! Doll! Die Dabby war ich noch nie. Hm! Ist hier auch irgendwas? Hier verwendet die Lunger bitte auf zu vibrieren. Das macht mir Angst. Hey, die spackern nicht mehr ab. Oh! Hey! Und? Oh, ich dachte, das war eine Sackgasse. Dann hätte ich wieder ganz zurücklaufen müssen. Oh, ne. What the fuck, Will? Ah, wie viele sind das denn? Ah! Yay! So viele! Jetzt kann ich noch mehr werfen! Woo! Oh! Oh, hi! Aus dieser Hülle schreit ein starker Aufwind. Wenn du willst, kannst du dich von ihm die Höhe ertragen lassen. Oh, yes! Wee! Ach, hier sind wir! Oh mein Gott! Oh, ich will oben hin. Ugh! Fuck! So close! Oh, yes! Und eine Kiste! Yes! Das wollte ich nicht drücken, aber egal. Oh, fuck! Oh, yes! Noch mehr! Könntest du bitte aufhören, bei den Kisten saufzuspacken, Will? Das wäre ganz nice. Oh, yes! So viele! Oh, ist das toll! Näh! Warte, nicht wegrollen! Es gibt keinen Kommen von mir! Okay. Sonst noch irgendwas? Nein? Okay. Gut. Wir sollen wahrscheinlich den Aufwind nehmen, um runterzukommen, aber was soll's. Yay! Batsch! Jetzt liegt euch hier richtig am Arsch. Ich meine, Superheldenlandung! Superheldenlandung! Das muss sein! Okay, so nachso, können wir nochmal wieder nach Natopia. So langsam! Besuch einen Teil unserer Seele wieder zu erlangen. So langsam! Wer braucht das schon? Also bitte! Okay! Ich war hier im A? Ich trat hier da jetzt mit B. Oh, wie cool! Wusste ich gar nicht! Ah! Okay! Der... Der... Ich hab jetzt... Ich hab's geschafft, mein Mikro... Den Mikroständer hier hinzupacken. Und der ist jetzt genau... vor meinen Armen, wo ich eigentlich mit der Wii-Family nur rumfuchteln müsste. Und ich will jetzt nicht gegen das Mikro hauen! Das mach ich eh schon die ganze Zeit! So! Dann wollen wir mal! Ich hab vergessen, was für eine Art Mission das war, aber ist auch egal. Ich vergesse ich eh wieder alles, dass ich's nachgucken würde. Hä? Okay, wir fallen ganz schön lange. Ah, okay. Oh, ist das schön! Oh Gott! So große Pusteblumen! Ah! Können wir eins Wasser schubsen? Tja, früher wollte ich nicht, die ganze Zeit allein gelassen hat. Udi-Shot. Hä? 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 Aber das wirst du nicht wissen! Oh mein Gott, to space! Into space! Keine Ahnung! Random Loch. Brottsäule kommt das her. Seems legit. Okay, saugen wir sie in ein schwarzes Loch. Um zu verhindern, dass sie an ein schwarzes Loch gesaugt werden. Ja, okay! Macht Sinn! Okay, wo sind denn die Viecher? Ne, das ist Aul. Jetzt hab ich fast Aul eingestrogen. Warte, ich hab ja gehört. Warte, wa? Ah! Oh, oh mein Gott! Ah! Da sind sie! Uah! Kommt in mein... Ich wollte jetzt sagen, kommt in mein Loch. Das wollte ich, glaube ich, nicht sagen! Hä? Oh Gott! Was sind denn die Viecher? Hallo? Der geht weg, Aul. Hallo? Oh, da sind welche! Okay. Hüah! I save you! Oh, da sind noch mehr. Okay. Hab sie gefunden. Das ist gut. Hüah! Äh! Aber wo kommt das Loch her? Will das keiner nach Frage stellen? Anscheinend nicht. Hui! Okay, nur mal sehen. Ah! Da sind noch mehr. Okay. Und du kommst auch mit! Hier kommen alle in mein... Nein, ich hab mir auf, das mit dem Loch zu sagen. Das ist... Bäh! Das ist... Bäh! Ah! Okay, da sind welche. Oh, ich glaube, der eine ist jetzt... Oh, den sehen wir nie wieder. Ah, fuck, geht weg. Ja, ich glaube, einer wurde eingesogen. Wupsi! Ah, das tut mir aber so leid. Aber sowas von... Kommt ihr woher? Ja. Ich saug euch alle ein! Ja, dann kann ich das machen. Das hab ich schon rausbefunden, du. Oh Gott, au! Hau auf, mir zu folgen. Warte mal, warst du grad nicht? Du bist jetzt da hinten? Na, ist doch egal. Oh! Oh! Warte! 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 Ich krieg dich! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Ah! Gerettet! Ja, ich auch gerettet, das muss ich sagen. Na, komm her. Komm her. Kommst du her? Nee. Oh Gott. Warte, ich krieg euch. Wo schlägst du dich eigentlich hin, Nights? Oh, ich dachte, da waren hinter mir welche. Ups. Oh Gott. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Nein. Bleib hier. Hab dich. Na, geht doch. Oh, fuck. Oh, zwei sind schon im dunklen Dinges verschwunden. Das ist nicht gut. Ups. Ich höre diese Mini wieder. Die sind don't, würde ich sagen. Oh, yay. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Oh, okay. So ist das hier bei den meisten Bosskämpfen, wenn du die zum ersten Mal machst. Das ist keine Ahnung, was du tust und O und C. Damit kann ich leben. Ja, okay. Zwei sind abgemurkt. Das ist sehr... Oh, fuck, Nico. Och. Das geht noch ganz gut. Ich werde mir mal Sorgen machen, dass sie in ein komisches, schwarzes Loch gesogen wurden. Aber okay. Statt dir sonst auch keiner Sorgen drüber zu machen. Dann geht's ja wohl. Na, wie geht's? Ich weiß, wer für diese dunkle Wolke warmvollig ist. Ich mache mir Sorgen um den Sammelfunk der Naturpieren. Willst du deinen Blick auf den Luftstrom über den Berg werfen? Luftstrom über den Berg? Was für ein Berg? Was für ein Luftstrom? Moment, der ist hier in der Naturpier. Ich glaube, in der Naturpier. Okay. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Und ich finde es doof. Ah, was soll's. Okay, brauche ich für alles mindestens... Neben dem... Oh, fuck, Nico. Ich muss ihn um bisschen rumfuchteln. Wenn ich mal irgendwas aufnehme, wo ich mehr mit der... Wenn man mit ihm rumfuchteln muss, sonst muss ich mein Mikro irgendwo anders umpacken, glaube ich. Sonst haue ich da die ganze Zeit gegen. Also mehr als sonst. Viel mehr als sonst. Was wollte ich jetzt sagen? Äh... Ah ja, genau, ich weiß, was jetzt kommt. Glaube ich. Das ist scheiße. Oh, nee, noch nicht. Okay, aber was anderes. Ah, eure Freunde sind gerade gestorben, aber ihr habt Spaß. Das ist schön. Das ist schön. Jetzt sind deine Schuhe in der. Das hast du verkackt. Tja, aber der ist weg. Wo er noch Zeit mit dir verbracht hat. Ach, das ist echt traurig. Ah. Oh mein Gott. Wiseman. Wiseman. Nicht schon wieder. Können die nicht auf sich selbst aufpassen? Oh, wir können Boot fahren. Yes. Boot, Boot, Boot. Das ist so weird, aber okay. Boot. Oh Gott. Okay. Springendes Boot. Oh Gott. Oh, wir werden sterben. Hey, Aul. Da drüben erträgt eine Tobiens. Du musst dich retten, aber geh sorgsam vor, damit du keinen vergisst. Oh Gott. Warte, wie bremse ich? Keine Ahnung. Okay, das ist gut. Oh, perfekt. Ja, okay. Wir müssen schon bremsen. Äh. Wir werden überall gegen Ram, glaube ich. Oh yes. Blue Chips. Wow. Bringt mir herzlich wenig, aber egal. Okay, okay. Es würde es einfach so viel einfacher geben, wenn wir fliegen würden, aber okay. Auf die Sprungflapflapflapflapflap. Auf die Sprungflapflapflapflap. Fuck, ich habe mich übersehen. Oh, das ist nicht gut. Sprungflapflapflapflapflap. Oh yes. Tolles Sprungflapflapflapflap. Oh, da sind mehr gewesen. Ich kann sagen. Uuuh. Yes. Hab dich bekommen. Uuuh. Das ist mal einer. Aber ich meine, wie werde ich langsamer? Fuck. Du musst langsam genug fliegen, um die Naturkirchen zu füllen. Ah, fuck. Was hat er jetzt gesagt? Ich habe nicht hingekommen. Scheiße. Wie fliege ich denn langsamer? Ich weiß es nicht. Ah, Gott. Nein, kommst du wohl? Ah, fuck. Tja, der säuft wohl ab. Upsi. Mein Fehler. Sorry. Oh, fuck. Uuuh. Oh, dammit. Ah, Sprungflapflapflap. Oh, bin ich in die Windrung gesprungen? Ja, ich glaube schon. Oh, das tut mir sorry. Das tut mir so sorry. Oh, Gott. Das tut mir auch leid. Ah, dammit. Okay, ich bin Bootfandoof. Nein, nicht dagegen. Nicht dagegen. Oh, Gott. Okay, die kriege ich. Die kriege ich. Yes. Hi, Aul. Sollte es aber dieser... Leerweg fliege ich doch langsamer. Ach, was soll's. So? Nein. So? Nein. Uuh. So? Nein. Auch nicht. Okay. Ja, das ist toll. Oh, das ist toll. Uuh. Fuck. Da. Uuh. Oh, Upsi. Ich glaube, das muss... Ey, bist du über mich drüber gesprungen? Okay, wenn du absaufen willst. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Haben die nicht Flüge? Können die nicht fliegen? Sollten sie doch eigentlich können. Oh, fuck. Oh, Gott. Ah, dammit. Okay, ich glaube, das mache ich im nächsten Fall nochmal. Das war feinlich. Ich sollte mal durchlesen, wie ich langsamer werden kann. Also, let's play. Es ist nicht Dragon Quest Knights. Krieg das in deinen Kopf. Also, let's play Knights. Part... Welche Part war das jetzt? Ah ja, Part 3. Danke für Sankung. Miep, miep. utility Räume aufregelt. Sehr gut. tiempo. Nein- genau. Fische. Ak. Wir drüge können wie unsere 남자 brothers Returns.